Ja, hallo, ich grüße euch. Hier ist wieder die Beatrice und ich komme heute mal wieder online, um euch was vorzustellen, von dem ich sehr, sehr begeistert bin. Also es hat einen Effekt, wo ich sagen kann, ich bin wirklich um 20 Jahre jünger geworden. Mich kurz vorzustellen, ich bin die Beatrice, ich bin mittlerweile schon 61 Jahre verheiratet und habe schon einiges in meinem Leben ausprobiert und komme ursprünglich aus dem Verkauf. Ich will euch aber jetzt wirklich nichts verkaufen, ganz im Gegenteil. Ich will euch eigentlich nur etwas nahelegen, was mir wirklich in meinem täglichen Leben sehr, sehr geholfen hat. Und zwar sprechen wir vom Fountain of Life. Das ist das Wunderprodukt, von dem ich rede. Ja, es ist wirklich, ich will euch nach wie vor nichts verkaufen, ich will euch wirklich nur etwas sehr zu Herzen legen und euch sagen, was es mit mir gemacht hat. Wie gesagt, mit meinen Stram 61 Jahre hat man natürlich mit kleinen Altersproblemen zu kämpfen, wie Schlaflosigkeit, Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, hier und da tut der Rücken weh, ein bisschen Arthrose in den Fingern und so weiter und so fort. Das sind alles so kleine Probleme, die das Alters mit sich bringt. Und mit denen man sich arrangiert, mit denen man sich gewöhnt hat und man sagt sich, ja, okay, es kommt halt mit dem Alter und das ist es ja. Ich habe selber nicht geglaubt, ich habe vor ca. eine Woche das Produkt angefangen zu nehmen, 10 Tropfen am Morgen und 10 Tropfen am Abend und tatsächlich, es hat geholfen. Ich bin nach, ich bin, man kann fast sagen, um 20 Jahre jünger geworden. Ja, es tut mir nichts mehr weh, ich habe keine Rückenschmerzen mehr, ich habe keine Fingerschmerzen mehr, ich kann wieder fröhlich auf den Computer rumtippen und ich habe keine, ich leide nicht mehr an Schlaflosigkeit, keine dauernden Kopfschmerzen mehr, dauernde Kopfschmerzen und ewig diese Tablettennehmerei gegen diese Kopfschmerzen weg. Ja, ich fühle mich viel entspannter, viel ruhiger, viel ausgeglichener und alles das wegen Fountain of Life. Fountain of Life ist ein hochkonzentrierte, das höchstkonzentrierte Antioxidant, welches momentan auf der Welt erhältlich ist. Und zwar ist es auch in Deutschland erhältlich, aber noch nicht bekannt, es kommt ursprünglich aus Kanada und ich habe es jetzt ausprobiert und es wirkt. Ich habe hier so ein kleines, sag ich mal, so ein kleines Papierchen, wo dann drauf steht eben, was in 10 Tropfen erhältlich ist. Ja, ich möchte das jetzt nicht alles ablesen, aber ich kann einfach nur sagen, in 10 Tropfen sind 100 Tomaten, in 10 Tropfen, eben der Gehalt von 100 Tomaten, Vitamingehalt, sind 40 Kirschen, sind 1800 Äpfel und so weiter und so fort, das steht hier alles. Ja, diese Hochkonzentration von Vitaminen kann man so nicht auf sich nehmen, das ist unmöglich, ja. Und ich kann euch nur sagen, man kann viel schreiben, man kann viel reden, man kann Videos machen, so wie ich es mache. Und ich kann euch nur aus meiner eigenen Überzeugung sagen, es wirkt, es wirkt wirklich, man fühlt sich wirklich wieder wie neu geboren. Kontaktiert mich, ich freue mich, euch mehr zu informieren und euch mehr Unterlagen zuzusenden, wenn ihr das wollt. Und ich freue mich auf euch und ich sage einfach mal für heute Tschüss und ich melde mich wieder, eure Beatrice. Tschüss.